so leute jetzt ganz exklusiv für euch im test das veco fire fantasy raketenpack was es immer für 7,77€ bei lidl zu kaufen gibt kann ich euch echt nur empfehlen wirklich tolles raketenpack wir haben hier china knabber mini knabber knallerbsen dann quattro fontäne vier frösche dann haben wir noch super kanonenschläge und natürlich hier sechs einzelne raketen alles ist nun ausgepackt von dem fire fantasy raketensutiment und jetzt kann es also direkt mit dem test losgehen ich würde sagen wir machen mal zuerst hier dieses römische licht als nächstes kommt diese quattro fontäne als nächstes die domino fontäne die schlanke so noch eine fontäne und zwar die junior chico machen wir mal gleich weiter mit leuchtfeuerwerk jetzt sonnenvogel fetziger feuerwirbel so jetzt kommt knallfeuerwerk und zwar fangen wir an hier mit diesen china knabbern weiter geht's mit diesen mini knallern das sind diesmal solche ketten mache ich diesmal alle zwei zusammen jetzt sind wir fast am ende die frösche sind es noch dann die donnerschläge und natürlich die schönen raketen das highlight in diesem set jetzt die vier roten frösche so jetzt als vorletztes die donnerschläge und zu guter letzt wie angekündigt die wunderschönen raketen so raketen sind alle aufgestellt und startbereit fangen wir einfach mal an zu zünden schauen wir also noch mal kurz drauf wie die raketen übrig sind wir haben also hier noch color burst glider rakete und die glider und noch eine glidering rakete so jetzt mein end fazit ihr habt jetzt wirklich alle produkte gesehen aus diesem set also für sieben euro sieben siebzig gibt es meiner meinung nach nichts was dieses set toppt also preis leistung hier absolut zu empfehlen so 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 so